wenn wir jetzt mal gucken nein auch kacke wo dieses auch so wird das jetzt mal sterben mann 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 wir wollten auch nur zu dem fehler und ja alter immer noch keinen strom so langsamer schnauze weil strom kein strom kein strom alter was zum hänker alter jetzt geht es aber zur sache hier also ich kann mit atomraken drauf schießen interessiert überhaupt nicht was was Stürb doch. Wieso? Aha. So. Runde heilen. Erstmal alles niedermähen. So. Oh. Kaputt gegangen. Naja. So. Jetzt haben wir das nächste erstmal platt gemacht. Erstmal alles abfackeln. Um sicher zu gehen. So. Und jetzt sind wir auch schon hier unten bei den Meteoriten. Stürb los. Ja. Oh. Leider gestorben. So. Müssen wir mal bei dem Mann. Viel zu dunkel hier. Äh. Wo denn hier. Was zum Henker? So. Oh ja. Carbonium. Uh. Haben wir ja auch nicht schon ewig viel von. So. So. so jetzt können wir dann zu einem neuen habitat aufbrechen ob sie kommen immer mehr von denen so war verarschen jetzt oder können sie sich teleportieren jetzt sind es aber ein loader so da ist auch sind alle gestorben so macht das doch was auch der ist leider tot umgefallen so und da wir überall bauen können kommen jetzt bodenplatten zum einsatz auch die mit dem kran verlegen das klappt auch nie können wir nämlich den hier gleich aktivieren aber da war laufen müssen und uns ein bisschen bewegen erstmal bodenplatten so hier noch ein paar ach voll verkackt warum zuckten das hier immer ach wir sind ganz unten mensch des kinders das ist übrigens ein lebender stein aber auf den habe ich gerade gar keinen bock da ist auch noch einer hier haben wir auch gleich schlamm und das greift mich einfach irgendwas an die ich bin ja so mal gucken aber das ding ist gut ich beide auf einmal auf platt machen kann schade so einfach tot umgefallen so jetzt werden wir mich gleich angegriffen ach die sind gar nicht so schlimm diesmal ich brauche jetzt was ganz witziges wir ziehen hier einfach hier war doch irgendwo schlamm naja irgendwo halt da ey wieso kann ich hier nicht bauen ach ich kann nur bis da oben bauen so drei drei ja äh was denn jetzt ist das jetzt eine einfache mauer gibt es ja wohl nicht ich so kommt einfach ganz einfach nichts was strom verbraucht sondern einfach nur tür so da vielleicht hier vielleicht wieso auch da ein stück mauer menschen geht geht doch man 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 ich habe einfacher das nee voll verkackt doch das ist und so und so viel weil dann kaputt und nie was geht da denn ab ja okay weiter was geht denn jetzt nein ja ich kann die karte zu machen so jetzt aber ach scheiße das war da oben ich hatte hier nur eine mauer ohne verteidigung das war das problem aber ist ja alles nicht weiter schlimm so reparieren ob da einfach eine neue mauer hin so vorsichtshalber meine tür anbauen so 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 weil eigentlich wollte ich hier auch keine verteidigungsanlage hinbauen weil die kosten nur wieder strom strom was wir nicht haben wir haben doch keinen strom bewölkt und regnerisch sachen gibt's es regnet so es fehlt ein stück rohr wie ist das passiert so 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 jetzt so lass mich raten wir haben keinen strom meine besser so produzieren sie doch einfach mal mehr strom ja kein scheiß meine fresse scheiß wende bauen nur für strom so oh gott wir haben nur drei drei untersuche es auftreten eine ungewöhnlich große kreatur so jawohl aber da war ich da nicht schon so und ich wollte jetzt hier einfach noch weil ich ja so unschön unterbrochen wurde mauer ziehen mauer 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 so ja der regn ist ja einmal keine bodenplatte schon wird man wieder langsam ist auch ein arsch das ich die sind die auch die 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 oh so Ja 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 Tu ja Tu ja Tu ja Und Ach da ist das Schlammding So Machen wir hier zu So Was ist aber hier in Türen Hier vielleicht eine Tür So Ruhnenplatten So Ja ich gehe ja gleich zu dem Nest Mann 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 Ich jetzt hier meine Bodenplatten verlegen Ja wo die Wahrsein So Hier fehlen welche So Jetzt legt doch da Bodenplatten hin Guck mal da sind Mistviecher Eine schön errichtete Mauer Jetzt machen sie die da drüben auch noch kaputt Ich gehe ja Die wollen mich da verscheißern Machen die meine Mauer kaputt Was fällt dir eigentlich ein Eine schöne Mauer kaputt machen Die ticken ja auch nicht ganz sauber So Also Da fehlt ein Stück Aber Da kann man durch Gehen So Ja Wir haben geht Strom Aha So Gas Macht 500 Energie Gas 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 Was war noch Hier Aus Schlamm Lass mich raten Das ist wieder kein Schlamm Es ist Match Das brauchen wir dafür Fuck Was soll los Match Ist nicht wahr Sterb doch ey Bin ich auf den Sack hier Ich kann hier Distant Thunder Die Wind ist auch Picking up Ein Sturm Ist kommen Mann Also Dann können wir hier nur Normalen Strom herstellen Das ist doch doof Biomasse Ja Macht 100 Strom Ach das macht nur 12 50 Energie aus Carbonium Das klagt euch auch Warum So Oder ist nicht hier noch irgendwo Oder hat man nur einen Oh ne Das auch noch ist So 500% Strom Wie auch Jetzt werde ich schon wieder angegriffen Mann Mann Kaum ist man hier mal wird man hier auch noch in einer Tag gegriffen Kann ja wohl nicht wahr sein Dann müssen wir jetzt halt da schon wieder hingehen Zu dem Nest Immer zu dem Nest Was denn jetzt Das für eine hartnäckige Scheiße Hm Hier brennt's Also Das war doch irgendwo Nee alter wo läuft's jetzt hin This creature is extremely hostile It can be dangerous to our base Kill it before it kills us We'll finish researching it in the lab Warning Hostile creatures are coming from a nearby nest We should go there and clear it out Oh Ja ist bestimmt aggressiv wegen meinen Bodenplatten Gehe ich jetzt hier auch in Tour Nur so Um das viel zu ärgern Na los Brennen 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 So Kann ich mir nämlich hier so einen Nämlich einen Scheiß hinstellen Keine Mini Basis Ganz viele Connectoren So 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 Ach guck mal Scheiße Kann ich jetzt gar keine Mauer drum rum ziehen Ach scheiße So Ach nee was So Aber ganz klein so so hier ist auch noch da kann man ein bisschen strom machen bisschen strom so hier noch auch die doch nebeneinander Teleporter wo da stellen wir einfach ein da drüben hin nee lieber hier hin hier dürfen wir nicht ist alles zu nah ok 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 aber Türen dürfen wir einbauen Türen 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 Tür Tür so dann kommt hier noch irgendwo eine Tür hin so die Seite vorsichtiger aber auch so naja jetzt wo ihr sagt etwas die Bodenplatten vergessen oh Gott wenn er die schon nicht gerade verlegt dann verlege ich es halt so scheiße ja das scheiß Ding macht doch strom oder nicht ja macht es nicht witzig fast ein scheiß naja ich verantoir ich denke ich habe eincommand ein so ich bin die mache ich das ... ja ich bin so geht auch cool auch gegen stein gelaufen scheiße dieses grün zeug ja ich bin das auf den sack mann so gleich viel mehr platz ja ja alles kein strom genau weil ich ja nicht den ganzen tag strom digger hersteller drei million strom aber so schön eingebaut hier das sieht ja aber auch gefährlich aus nach einem berg der lebt also ja dann müssen wir halt da mal hingehen also warum was jetzt kaputt alter schon wieder so ein riesen komischer ja ist auch gar nichts also dauer für schlimmer ach ja aber wir können ja schon wieder keine bauen wie viele können wir denn acht müssten die erreichen so 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 hier sind noch alte wände zwischen dann kommt jetzt hier noch zwei von denen scheiße man so jetzt ist immer noch ein stück altes mauer ja ja nicht altes sondern alte mauer aber bin interessiert so also ich kann die aufwerten das ist ja schön keine forschung auswählt das jetzt aber eher nicht so gut flammende reparatur cool ja das braucht keine so hauptquartier so gas kraftwerk zwei jahr das brauchen wir erstmal ganz wichtig angriffstron brauchen wir nicht minigantum ja schwere artillerie kann man auch nicht bauen und zwar forschen erst mal so 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 erst mal die stufe zwei so hier war noch was waren das jetzt uran handhabung okay so warum kriegen wir keine stärkeren waffen das ist doch scheiße also was aufquartier e 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 ach du scheiße ja klar das ist natürlich genau da wo die basisprozesse basis stück weiter links gebaut wäre es trotzdem da also legt mich ganz zu ernst so wir brauchen was ist es aber schon wieder aus wie ein feind doch ja nicht so ein feind ist noch nicht ab ihm ja dann das sieht ja gefährlich aus ja klar ist es wird natürlich nur da wo meine geräte stehen hier echt sinnvoll nirgends anders in türen gebaut wohin ja alter warum zum teufel ist hier keine mauer ist eine strom ich gehe kaputt der datenbank folgen wie falsch wir haben aber nicht genug schuss labor bietet vorschläge forschungsangeboten basierend auf hohen auf laura kostet warum denn auch davon habe ich schon eins gebaut sie sind so nur dann diese und forschungsdaten objekten scheiße das stoffspeicher munitions depot ja also gas kraftwerk zwei kreuz ausbauen das da scheiße ich kein strom ich gehe kaputt weil hier solaranlagen stehen hat das ding kein strom ist natürlich vollkommen logisch ich gehe jetzt nicht mal verscheißen ey gas aufwerten genau zwar da ach nein der stand da nicht ach ey da stand doch eben gas kraftwerk deswegen geht das da nicht ach palladium da waren sie unsere drei probleme so 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 was ist das denn ach so wegen dem wiff ding da äh joa da wir jetzt alles soweit erledigt haben etwas ausgebaut das blöde scheiße hier mit der energie das werden wir wohl nie hinkriegen weil bei uns hier in der kirche strom 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 ähm und werden wir wohl beim nächsten mal ja forschung läuft noch werden wir hier hingehen und diese drei sachen erst mal machen säure da müssen wir überall zweimal hin und vulkan gebiet dauert länger so weit ich weiß da machen wir hier war schon mal radioaktive wüste muss erst eine kleine mission machen und dann musst du da noch mal hin wenn eine andere neue entwickelte bodenplatten hast die dauern aber nur zwei minuten oder so das werden wir wohl dann mal gucken heute ist was für ein komischer samstag wenn wir ja dann morgen mal in angriff nehmen so gut vielen dank fürs zusehen soweit erst mal und dann wenn es euch gefallen hat bis morgen würde ich sagen schönen abend noch gleich ö ö ö ö ö ö Untertitelung des ZDF, 2020